Hi Leute was geht ab? Willkommen zu diesem Video. Ich stelle euch heute die Big Bang Reibkopf Knaller von PyroTrade vor. 100 Stück in der Schachtel, so 0,6g Nm pro Stück. Das sind so rote Reibkopf Knaller, die sind wirklich sehr sehr klein. Kleiner wie so Pyro Petade, fast eigentlich nur die halbe Größe. Also wirklich sehr sehr klein. Ich gehe da jetzt hier einige Stück vorballern und wünsche euch jetzt ganz ganz viel Spaß bei dem Video. So Leute wir machen jetzt mal hier die Big Bang, so schauen die aus. Sehr kleine Reiber. Die haben jetzt hier wieviel Gramm, ich weiß es nicht, ich habe es aber euch eh schon gesagt wahrscheinlich. Wir zünden auf jeden Fall einige Stück, jetzt aber hier mal drei an dieser Location. Und dann schauen wir weiter. Aber wir machen auf jeden Fall viele mehr noch. Super eng. Ja also die knallen sehr hell und haben auch wieder diese Vorexplosion. Die fallen dann immer runter. Ich stecke den jetzt hier rein. Nummer zwei. Ja die knallen sehr hell. Naja. Okay, alles klar. Die sind stark. Die sind stark. Der erste war nichts. Habt ihr selbst gehört. Der war auch eher nicht. Naja gut. Ja es ist unterschiedlich. Einmal sind sie laut, einmal nicht. Das sind stark. Die Reiber sind echt gut. Die sind stark. Haben wir da noch ein paar weg von denen. Die sind super. Wow. Hammer laut. Wie der XP3 war der. Also echt für die Mini Teile. Die sind wirklich stark. Die sind echt laut. Letzten. Letzten. Ei. Der war jetzt nicht sonderlich laut. Das sind auch wieder so Reiber. Das sind auch wieder so Reiber. Nicht schlecht. Der war nix. Ja. Kommen wir zum Fazit. Also ich muss sagen für diese Größe haben mich diese Böller echt überrascht. Man kann jetzt hier für einen Preis von 2 bis 3 Euro jetzt nicht einen Wahnsinnsknall erwarten. Das ist klar. Aber der kann wirklich mit den besseren Reibkopfknallern die so auf dem Markt sind mithalten. Und kann ich eigentlich nur empfehlen. Für Zwischendurch. Für Vorsilvester. Für ja. Für uns am Jahr auch wenn ihr wollt. Deshalb sind diese Teile sicher sehr geil. Und kann ich nur empfehlen. Danke Leute. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich hoffe ihr habt jetzt auch ein Bild von diesen Böllern. Bis zum nächsten Mal. Liken und abonnieren nicht vergessen. Ganz wichtig. Dann kommen noch weitere solche Produkttestvideos. Und auch andere. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare ein paar Video Ideen reinschreiben. Also dass ich ein bisschen Input von euch bekomme. Ja. Danke fürs Zuschauen Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.